Hältst du mal kurz an? Tja, liebe Leute, jetzt ist genau das passiert, was unser schlimmster Albtraum war. Die Ponale Straße ist geschlossen. Wahrscheinlich wegen Wetter oder wegen Erdrutsch oder wegen Geröll oder wie auch immer. Jedenfalls, wir kommen hier nicht weiter. Es ist alles zu. Wanderer haben gesagt, es geht bloß bis zum ersten Tor, das ist dann verschlossen. Und da müssen wir jetzt eine alternative Tour fahren. Wir haben zum Glück nur einen in petto und hoffen, dass wir da weiterkommen. Also bis später. Musik Musik Das war's für heute. Das war's für heute. So, heute haben wir mehr Glück. Heute ist die Pornale offen. Heute fahren wir unsere Tour. Das Geologische Institut hat begutachtet. Der Erdrutsch ist Geschichte. Die Firma hat auch aufgeräumt. Also alles wieder offen. Und wir hoffen, wir werden heute einen tollen Tag haben. Also bis später. Das Geologische Institut hat auch aufgeräumt. Das ist der letzte Stich. Und dann haben wir's fast geschafft. Wir sind jetzt schon auf 850 Höhenmetern. Und Kopfhärten müssen gleich zu Ende sein. Und wir sind jetzt schon aufgeräumt. 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 Ja dann, was ist uns angehen? Ja, ich habe es. Musik 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 Musik